rangers gegen paris hätte ich nicht gefragt dann hätte ich dir gesagt ja hier rangers zwei sieger aus zwei menschen titelverteiger ja so gut wie draußen muss man sagen wenn er noch weiter kommen braucht er zwei sieger und muss immer hoffen dass dann einer zweimal aus lässt und die polizei muss halt auch noch mit springen also sieht nicht gut aus ja 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 Applaus Oh, kurzer Dank Oh, jeder Das stimmt, Michi Oh, jeder Ach, nein Na, da viel war aber noch nicht, oder? Ja, ich meine aber eh, nein, worum hat er sich hingekommen Eigentlich Oh, jeder Ja 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 und dann zu sehen Bic, 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 Marc Kepa, le numéro 33, Wilhelm Jose. Das nenne ich mal Erklärung. Der war schön gewesen. Der war schön gewesen. Der war schön gewesen. Der war schön gewesen. Der war schön. schön arm schuss Vielen Dank. Nein. Sau, Sau, Pech. Sehr stark gemacht. Adrian. Niederzeit. ja hat 20 pausen stand Ein guter Matthias. So, man bleibt dabei so. Ja, auch die Wieners verbleiben wir so. Oh, Alter. Nein. Stark. Stark. Sehr, sehr stark. Ausgleich. Ronaldo. Okay. Okay. Ausgleich. Okay. 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 Oh, schön Abschluss Winnega Pouf Nein! Puuuuhh Puuuuhh Savita Puuuuhh Puuuuhh Schön zurückgekämpft Winnega But inscrit par le numéro 7 Marcel Savitzer Sohn Sze Warum rennst du nicht nach B? Oula! Yes! du warst schon seger ja 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 bist du tepperdeut nicht einmal Karte oh achi sein erster treffer paar minuten noch für die Ventures dann sind sie auch durch schön und dann noch Ventures durch auf sie das zweite Team das ist hier fix qualifiziert sehr sehr stark zurück die Dampf um 0 zu 2 genau na gut würde sagen das war es das was danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder weiter spannend ist bis dann und rein macht's gut und ciao